Musik Oh hi, wer seid ihr? Ich plane gerade unsere Nachbarschaftshilfe. Und zwar haben wir an all unsere Nachbarn Flyer verteilt und ihnen Hilfe angeboten, zum Beispiel beim Einkaufen. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die heißt GFK Corona Hilfe. Und wenn du noch Teil davon werden willst und die Leute hier in unserer Nachbarschaft unterstützen willst, dann sag gerne Bescheid. Ja, und wenn du selber Hilfe brauchst, dann melde dich auch auf jeden Fall und dann leiten wir deine Anliegen weiter. Musik Schön, dass du da bist. Am Samstag gibt es auf unserem YouTube-Kanal immer ein Interview mit einer Person aus unserer Gemeinde, wo sie uns erzählen, wie es ihnen gerade geht mit dieser Situation und auch was sie uns sonst noch mitzugeben haben. Und unter der Woche gibt es kurz im Pulse 5 Minuten Frieden, wo wir ermutigt werden und gestärkt werden in unseren Glauben. Seid dabei, tune in. Und außerdem gibt es noch einen YouTube-Kanal für unsere Jugendgruppe Home Run. Der ist verlinkt in der Infobox. Check it out. Also bis dann, schaltet rein und wir sehen uns. Du bist ja immer noch da. Ist noch was? Hast du Hunger? Ach so, du suchst bestimmt unseren Pastor Matthias Neumann. Warte kurz. Schön, dass du dabei bist. Hier bei uns in der Friedenskirche. Hier feiern wir eigentlich sonntags morgens unsere Gottesdienste, doch das geht ja leider nicht. Und so laden wir dich ein, sei dabei auf unserem YouTube-Kanal. Acht Uhr jeden Sonntagmorgen werden wir dort Gottesdienste veröffentlichen, in dem wir die Güte Gottes feiern, auch gerade in dieser Zeit. Also egal wo du bist, ob jetzt alleine oder eben in deiner Familie du zusammen diesen Gottesdienst schaust, wir wollen gemeinsam uns auf Gott ausrichten. Er ist treu und er hält uns und er sorgt auch für uns, auch in dieser Zeit.